Die Studien und die Artikel in den letzten Monaten überschlagen sich. Die vegane Ernährung steigt im Ansehen der renommierten Ernährungsinstitute und der Forschungseinrichtungen. Und heute erscheint die vegane Ernährung eigentlich schon alternativlos für die Zukunft. Guten Morgen! Nachdem ich erst vor kurzem die Stellungnahme der Amerikanischen Gesellschaft für Ernährung der AND in Bezug auf die Förderlichkeit der Gesundheit einer pflanzlichen Ernährung bei Babys und Kleinkindern hingewiesen habe, kommen fast wöchentlich neue Analysen in die Medien und entsprechend werde ich dann und wann einfach gerade für die neuen Abonnenten auch immer wieder darauf hinweisen. Denn es gibt in der Tat immer noch Menschen die Zweifel haben ob eine vegane Ernährung wirklich besser ist. In der Gesundheitsfachzeitschrift Nutrition Bulletin wurden nun die aktuellen Ernährungsstudien der letzten Jahre zusammengefasst und aus diesen Messwerten und Ergebnissen einfach klare und einfache Aussagen formuliert. Denn häufig ist das so, dass bei den Studien auch in den USA immer sehr wischiwaschi formuliert weil man nie 100% sicher sein kann usw. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nicht nur die Todesursache Nummer 1, sondern auch die Lebensqualität stark vermindernd durch ständige Eingriffe und Operationen, eingeschränkte Belastungsfähigkeit, damit Muspelabbau und schnellere Degeneration werden durch eine rein pflanzliche Ernährung um ein Viertel reduziert. Um ein Viertel Medikamente die nur 2-3 Verbesserungen dieses Risikos bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen verschaffen kosten jährlich dem Gesundheitswesen Milliarden. Wenn eine Pille diese Werte, also 25% in Bezug auf die Herz-Kreislauf-Erkrankung erreichen würde, dann wäre das sofort die absolute Wunderpille. Das tolle ist pflanzliche Ernährung hat keine negativen Nebenwirkungen, sie kostet weniger und hat noch ein paar andere nette Nebeneffekte. Ganz nebenbei wird nämlich das Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkranken, auch eine große Gesellschaftskrankheit genauso verringert, wie alles was mit dem metabolischen Syndrom zusammenhängt, da rein die Umstellung auf eine pflanzliche Kost, eine Gewichtsreduzierung bedeutet. Und wir reden hier nur die Umstellung auf EINE pflanzliche Ernährungsform. Es gibt derer auch ungesunde und wenig empfehlenswerte Arten, zumindest aus meiner Sicht und ich sage auch immer hey passt auf, aber selbst wenn ihr das so macht, wie ich nicht empfehlen würde, der veganen Umstieg, selbst dann sind diese positiven Effekte zu erwarten. Also wenn man auch wirklich die ungesündeste vegane Form nimmt, lebt man im Durchschnitt trotzdem gesünder als der Durchschnitt wenn man nicht vegan lebt. Und wie gesagt sind wir noch nicht bei einer vollwertigen veganen Ernährung oder gar bei einer Rohkost. Umso weniger verwunderlicher ist es, dass man derzeit so intensiv wie noch nie an der Ernährung forscht. Wir stehen an einem ganz großen Punkt in der Ernährungshistorie der Menschen. Nachdem man quasi mit den ganzen Medikamenten in dem letzten Jahrhundert versucht hat Gott zu spielen und mit einer überproportionalen Entartung durch Krebs und Co. nun die Rechnung bekommt, erkennt die geistige Evolution der Menschheit nun langsam den richtigen Weg. Zumindest den richtigen Weg wenn man sagt richtig ist das wo wir gesünder leben und eine höhere Lebensqualität haben. Menschen die den Menschen als Feind der Natur ansehen, für die ist es dann der falsche Weg. Selbst die Pharmaunternehmen haben erstmalig von 2015 auf 2016 ihren eigenen Forschungsetat reduziert. Medikamente waren mal der große Renner auf dem Gesundheitsmarkt. Heutzutage sind es ganzheitliche und deduktive Ansätze in der Forschung. Im Nutrition Bulletin hat man ausgehend nun dieser Studien ganz klar zeigen können, dass Cholesterin und hoher Blutdruck extrem einfach zu behandeln sind. Statt Medikamente nennt man einfach pflanzliche Ernährung. Und man lebt gesünder, vitaler und eben auch länger. Es ist so einfach und doch weigern sich nach wie vor große Teile der Gesellschaft dieses anzuerkennen. Aber eine die bereits erkannt hat, dass die vegane Ernährung alternativlos für die Zukunft Menschen ist, ist die liebe Melanie von ihrem Kanal Apfelwolke. Und damit habe ich den eleganten Sprung zur Mission Vegan 5 gemacht, der größten kanalübergreifenden veganen Rezeptesammlung der Welt, die zeitgleich auch schon kleines Spiel ist. Denn jeder muss tatsächlich ein neues Rezept kreieren aus den Zutaten des vorherigen, derer maximal 5 zugegen sind. Eine dieser Zutaten kann man austauschen und dann gehts in die Küche. Melanie hat Blumenkohlreis mit Gemüse allerlei gemacht, ihr Video und ihren noch sehr kleinen Kanal der sich sicher über viele Abonnenten freuen würde. Neueste Artikel, Studien und Forschungsergebnisse sind auch ein Grund warum ihr mich abonniert habt und so werde ich auch immer diesen Informationsauftrag immer mal wieder Rechnung tragen, auch wenn es für den einen oder anderen ein alter Hut ist, dass die vegane Ernährung die gesündere Form ist, aber das wird es immer geben. Es gibt immer wieder neue Abonnenten und es gibt immer wieder neue Forschung und neue Bestätigung des Wissens und entsprechend werdet ihr das wie ich schon gesagt habe immer auf diesem Kanal finden. Alles Liebe, wir sehen uns morgen wieder Euer Christian, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.